Hallo Leute und willkommen zurück. Wir sind heute hier an der Blue Cranes Bridge. Das ist nämlich die weltweit größte Bungee Jumping Brücke, von der man runterspringen kann. Und ja, ich werde heute springen und, oh mein Gott, eigentlich will ich es gar nicht, aber irgendwie will ich es doch. Also von daher, wir werden jetzt mal zur Brücke gehen und dann geht es ganz tief runter. Nämlich genau 161 Meter. So groß wie der Kölner Dom. Also viel Spaß. Oh mein Gott, das ist die Brücke, von der es runter geht. Mega krass hoch. Es fühlt sich, also das Herz pumpt immer mehr und immer mehr. Oh mein Gott. Ihr habt bestimmt auch Angst. Alter, das sind 260 Meter. Weiß nicht, ob ich das machen soll. So, let's go. einem Böken Böken Oh mein Gott, das ist so cool! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe es gemacht, oh mein Gott! Erst war es wirklich echt schlimm, irgendwie abzuspringen, doch dann irgendwie so 2-3 Sekunden später denkst du dir dann so, okay, du fälschst immer noch. Aber ich bin froh, heile wieder hochgekommen zu sein. Ich muss jetzt erstmal hier wieder den gleichen Weg zurücklaufen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und schreibt doch mal in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Das wäre doch bestimmt auch mal irgendwie, mach mal so ein eigenes Format, irgendwie Kmetz macht das. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt und kommentiert fleißig, liked und wir sehen uns dann zu einem nächsten Video. Bis dahin, euer Kmetz. Tschau! 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 Tschau!